Noah Schneeberger, ist das ein Negatives vom Stängeli am Samstag, dass das ein oder andere Prozent heute gefehlt hat, dass es zu dieser Niederlage gekommen ist? Leider ist es meistens so. Jetzt heute sind wir in jedem Belang harmlos gewesen. Wir konnten nie wirklich eine gefährliche Chance kreieren. So kann man natürlich auch kein Spiel gewinnen. Dann kommen natürlich auch wieder die Strophen dazu, die wir auch wieder sehr viel hatten. Und so haben wir die Niederlage ganz klar verdient. Aber ich kann mir gleich noch vorstellen, dass man sich auch ärgert, dass bei 5 gegen 5 war man eigentlich immer ein bisschen auf Augenhöhe, bis nach zwei Drittel. Ja, nur ist es eben nicht so viel vorgekommen. Wir waren sehr viel in der jungen Zahl. Ja, wenn man nicht schiesst, inklusive ich, wenn man nicht aufs Goal schiesst, dann kann man keine Chance erzeugen und kein Goal machen. Und so ist es relativ schwer. Das ist ja immer wieder ein Tuch,